Der Elektrohubwagen Ameise PTE 1.3 mit Lithium-Ionen-Batterie ist ein zuverlässiger Helfer beim Be- und Entladen von LKW. Weil die Elektronik gekapselt und geschützt ist, kann das Modell sogar im Außeneinsatz zeigen, was es kann, wenn zum Beispiel Waren bis vor die Haustür zugestellt werden müssen. Dank seines geringen Eigengewichts und der besonders kompakten Bauweise lässt sich der Elektrohubwagen ideal auf engstem Raum und in gewichtssensiblen Bereichen einsetzen. Der starke Antriebsmotor sorgt für eine hervorragende Steigfähigkeit. Die verstärkte Bremsanlage gibt Sicherheit beim Rampeneinsatz und garantiert auch in Schräglagen gute Bremsfähigkeit. Das ergonomische Bedienelement ist für Links- und Rechtshänder gleichermaßen geeignet. Ganz einfach lassen sich hierüber das Heben, das Verfahren mit stufenloser Geschwindigkeit und das Absenken steuern. Die wartungsfreie 48 Volt Lithium-Ionen-Batterie lädt schnell und hat eine hohe Lebensdauer. Das externe Ladegerät ist inklusive und ermöglicht auch zwischendurch schnelles Aufladen, um flexibel und immer einsatzbereit zu sein. Optional ist eine Wechselbatterie erhältlich. Der Batteriewechsel geht schnell und einfach, innerhalb weniger Sekunden, intuitiv und ohne Werkzeug. Mit seinen 1300 kg Tragkraft ist der Elektrohubwagen das ideale Einstiegsmodell in das Segment des vollelektrischen Palettenhandlings, mit dem Sie Ihre Mitarbeiter entlasten und gleichzeitig die Produktivität steigern. Alle Elektrohubwagen-Ameise werden vom Jungheinrich-Service betreut, der mit 3000 Mitarbeitern weltweit dafür sorgt, dass sie bei Bedarf schnellstmöglich mit Ersatzteilen versorgt werden.